Herzlich Willkommen auch von meiner Seite bei Führnüsse mit Dirk und Klaus. Willkommen hier zu einer weiteren winterlichen Folge. Klaus sitzt in einem Miau-T-Shirt, die alte Katze. Sieht ein bisschen aus, als ob es ein Schlafoberteil wäre. Was heißt Ihr Schlafoberteil? Ja, das ist mein Schlafeinteiler. Wie jeder sexy Teenager schlafe ich nur im T-Shirt. Apropos sexy Teenager. Unten ohne. Oh nein, ich gehe in Deckung. Rechte Hand, linke Hand. Linke Hand. Meine oder deine Seite? Deine. Immer vom Patienten aus. Das ist richtig. Viel Spaß. Chocolate Crisps. Was hast du? Cookie Dough. Hättest du lieber Cookie Dough? Ja. Wie gut es eben lief. Ich habe mit allem gerechnet, aber nicht, dass wir das hier in der Luft jonglieren können. Ich habe auch gar nicht geguckt, wo deins anfliegt, sondern einfach nur, wo es landen sollte. Ja, dankeschön an unseren Cookie Dough-Sponsor Dirk. Hast du übrigens, warst du heute mal draußen auf der Straße? Ja, gerade eben. Kommt das ja. In ein bisschen weiteren, an der Pimmelstraße. Hast du das gesehen? Nein, da war ich noch nicht. An der Pimmelstraße hat, das hatte Eckbert gepostet. Du folgst Eckbert? Ja, heute Morgen war es abgesperrt. Auf waffenfürjeden.com, oder was? Ja, heute Morgen hat die Polizei das großartig abgesperrt. Da gab es einen Verkehrsunfall. Und da ist ein Kleinwagen von einer Sicherheitsfirma, hat einen Steinpoller umgefahren. Und zwar so dermaßen, dass der Poller unter dem Auto landete. Okay, also so weggebogen und dann rübergefahren. Ja, und das Auto stand komplett drauf. Du hast dein Handy dabei, ne? Ja. Ja, dann schicke ich dir das mal ganz kurz. Also von City Control. Also wenn ihr einen guten Sicherheitsservice braucht, dann kann ich nur City Control empfehlen. Die haben die volle Kontrolle über jeden Stein in der Stadt. Also der muss da wirklich mit Tempo 130 reingefahren sein. Ey, der hat bestimmt voll gepennt, oder? Ich hätte gesagt, besoffen zur Arbeit. Oder besoffen von der Arbeit. Was ja heute morgens wieder nicht über Nacht gewesen sein. Ich finde das so lächerlich, dass die Polizei das gleiche Flatterband hat. Wie die Stadtwerke, wenn die halt irgendwie ein Kotrohr neu schweißen. Dass die nicht irgendwelche coolen Betten haben. Ein ganz normales rotes Flatterband. Aber ich meine, der muss da wirklich halt mit Vollgas reingefahren. Aber kannst du davon ausgehen, dass der einfach morgen wieder weiterfährt? Ja, sicher doch. Mit höherem Reifen. Das Auto sieht ja auch nicht fahruntüchtig aus. Nö. Wenn ich mal mit einem SUV wärst du da drüber gefahren, hättest du gar nicht gemerkt. Ja, das stimmt. Das ist gut. Da kannst du ein Kind bis zehn Jahre umfahren, ohne dass es großartig huckelt. Und wie ist dein... Was hast du? Ich gucke ihn da. Ach, das stimmt. Gut. Ich habe auch gerade trainiert, passenderweise. Nein. Gequettet oder was hast du gemacht? Ich habe gerade zu Hause so ein Intervalltraining gemacht mit der Nike-App. Ein gutes Stück Esels-Steak. Ah, du weißt ein Esel-Steak zu schätzen. Was hast du so die letzte Woche getrieben? Ich sehe hier Salz, ich sehe Erdnussbutter. Ist das irgendwie ein Beschwörungsritual gewesen? Ja, ich habe Salz auf die Türstellenschwellen gestreut, damit die Geister nicht mehr von Zimmer zu Zimmer kommen. Ich dachte immer, man schüttet roten Ton. Ich habe jetzt keinen roten Ton. Dann müsste ich meine Avocadopflanze wieder ihr Häuschen wegnehmen. Das ist blöd. Ja, und Mirablavocado geht es gerade so gut. Mirablavocado. Ja, 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 und Avocadoisch und Giflocado sind auch schon für Nachwuchs, für Nachschub unterwegs. Kommst du nicht so oft raus, oder? Wieso? Nur weil ich meine Avocadopflanzen nach Evolutionsstufen von Pokémon Mirablav nenne. Eieiei, ich kriege ja gar keinen Übergang irgendwo hin. Außer nach Hause. Das war es auch schon wieder. Ja, meine Güte, die Zeit dunkler. Ich habe letzte Woche sonst noch so gemacht, gearbeitet. Wir waren in so einem fancy japanischen Kaffee-Restaurant in der Nähe vom Jüdischen Museum. Und die haben halt total geil so handgegossene Keramikbecher. Also nicht halt so Kaffee-Standardtassen, sondern wirklich so. Das ist gar nicht, dass man Keramik gießt. Ja, oder aufgebaut oder wie auch immer. Geblasen. Keramik? Mundgeklöppeltes Keramik. Also halt schön, das ist halt so eine handgemachte Struktur. Also halt so ein Industrial Look in Tassenform. Vielleicht ist es auch einfach nur eine alte, versteinerte Hand. Das hier ist Keramik. Fühlt sich irgendwie ein bisschen elastisch an. Nichts hält Getränke so gut und sicher wie eine Hand. Weiß man ja. Naja, wenn die halt seit Jahrhunderten irgendwie konserviert und irgendwas liegt. Der Amerikaner misst Kohle ja auch in Hände voll. Reden wir heute über den Super Bowl. Machen wir das. Was sind eigentlich die Regeln von American Football? Oh, ich habe das gar nicht verfolgt. Ich habe irgendwie nur gehört, dass es irgendwie super langweilig ist. Lowes Score und es gab nur ein Home Run oder so. Das Spiel ging 13 zu 3 aus. Fudge Home Run gibt es ja gar nicht beim Super Bowl. Touchdown. Ja, also 13 zu 3 ist schon echt. Normalerweise ist es ja immer so 42 zu 36 oder so. Das ist schon hart. Wie heißt es nochmal der dicke Brit hier, der mit seiner Late-Night-Show? Also Late-Late-Night-Show. James Corden? James Corden, genau. Der meinte von wegen, hört auf, über Fußball zu lästern. Also wo sie immer sagt, so niedrige Scores und sowas. Bei eurem Football-Ergebnis. Das Geile ist ja, die haben sich alle gefreut. Weil vorher war, glaube ich, irgendwie angegeben, wenn sie gewinnen, dann geht es nach Disneyland. Und er meinte, Alter, das hätte ich auch so machen können. Aber sie waren wirklich, haben wohl heute gepostet in Disneyland. Also auf Twitter ging wohl auch um, beide Teams spielen so, als wüssten sie, dass der Gewinner ins Weiße Haus muss. Aber auch die Halbzeit-Show sei so langweilig gewesen. Was die meisten ja irgendwie sagen, von dem Spiele, Spiele, aber die Shows sind immer so krass. Wahrscheinlich sind die Advertising am besten gewesen. Das ist ja immer, dass die lustigen... Die Trailer auch, ja. Also gibt es da auch besondere Trailer? Ja, genau. Es gibt ja auch immer Filmtrailer, die dann halt so in sehr kurzer Form, weil die Sendezeit halt unglaublich teuer ist. Halt dann dazu rauskommen. Also von allen großen Filmen, alle Blockposts, haben halt so einen 30-Sekunden-Trailer. Beim Superbowl und dann meistens in der Woche danach eine längere Version des Trailers. Ja. Und du so? Porz. Ja, ich bin immer noch durch die Lande gepimmelt. Da habe ich auch gleich natürlich meine Frage, sofern wir darüber ansonsten reden sollen, dann hänge ich die nach hinten. Nein. Eigentlich hängt die so ein bisschen dran bei dem, was letztes Mal angefangen hat, weil du gesagt hast, das kann man ja auch nochmal machen. Welche Teile Deutschlands kann man abreißen? Was sind die guten Seiten, schlechten Seiten der FIIs? Ja, aber was hatten wir das letzte Mal? Eine gesungene Frage. Ja, das ist grob im Rhythmus von guten Zeiten, schlechten Zeiten in der schlimmsten Techno-Cover-Version. Was? Da wir letztes Jahr dieses allgemeine Aufregerthema hatten, habe ich gedacht, mal zentriert auf öffentlicher Nahverkehr als auch öffentlicher Fernverkehr, weil da haben wir, glaube ich, alle schon endlos viel Scheiß erlebt. Ja, du bist ja sowieso, also den öffentlichen Fernverkehr hast du ja deutlich öfter genutzt als ich. Oh Gott. Also nicht nur in letzter Zeit, sondern halt auch allgemein. Das Schlimme ist auch, mittlerweile ist es so, wenn ich die Augen zu mache, also besonders gestern war es ganz schlimm, da habe ich gedacht halt irgendwie, ich hätte Wasser im Hirn oder sowas. Da war ich in Köln-Portz in einem türkischen Grillrestaurant namens Nirvana. Das war ein riesengroßes Ding, das war irgendwie ganz lustig. Never mind. Für unsere 90er-Fans. Ja. Und habe meinen Grunge-Frog da genossen. Nee, meinen Adana-Kebab mit Joghurt. Und ich habe gemerkt, wenn ich sitze, dann fahre ich Zug. Ich versuche auszugleichen die Bewegung des Zuges. Ich wippe ab und zu nach vorne, weil ich Bremsmanöver halt ausgleiche. Und ich dachte am Anfang echt so, irgendwie habe ich gerade Erkältungsspätscheinung, keine Ahnung, mein Hirnwasser ist irgendwie am Kochen oder mein Ambus im Ohr ist gebrochen oder sowas. Wenn du das erste Mal das merkst. Ambus, der Kontrollator. Und ganz schlimm ist, wenn du halt die Augen zumachst. Das ist halt, wenn den ganzen Tag zum Beispiel, wenn wir Tretboot gefahren sind, dann abends halt total fertig irgendwo uns hinlegen, dass wir denken, oh, was ist hier los? Und nicht durch Eiko, sondern wir sind halt noch im Tretboot gefahren. Und mittlerweile ist es bei mir schon im Hirn drin, dass ich halt meinen Körper im Sitzen verzug. Ich habe neulich im Schlaf noch um mich getreten nach dem Fußballspielen. Ich hoffe, du warst allein im Bett. Hast du Dortmund getreten? Ja, fast, fast. Ich habe nur gemerkt, wie du halt dieses Zug. Also wenn man aus deinem Bett jetzt rausfällt, dann hat man definitiv einen Hirnschaden. Ah! Oh. Du musst unten Matten auslegen, dass man dann weiter betten kann. Nee, also das war, also habe ich ja öfter nach dem Fußballspielen. Gerade so nach längeren Pausen, wenn man dann ein bisschen länger spielt. Wir haben halt so anderthalb, zwei Stunden gespielt am Sonntag. Ich habe ja kurz gesehen. Ja, genau. Wie sind mir mutwillig Kinder so zu treten? Ich habe es schon mal gesagt, das war ein Unfall. Das Kind ist genau in mein Bein gelaufen. Hier, hier. Boah, jetzt kommst du dir auch so nah, ey. Nicht, ich kann gar nicht mehr sagen. Also, positiv als auch negativ, das kann man, finde ich, ganz gut aufteilen, ist der Preis. Also, ich meine, in Berlin ist es halt, auch wenn die Fahrpreise ständig steigen, ist Berlin ja verhältnismäßig noch ein günstiges Pflaster für öffentlichen Nahverkehr. Das sind wir gerade bei 2,80 für AB oder 2,90? Ich hätte 2,70 gesagt, aber, also, okay, dann lass es 2,80 sein. Ich weiß nicht. Lass es 40 Euro sein. Also, meistens mit Tages- oder eine Vierfahrtenkarte. Aber, also, verhältnismäßig immer noch günstig, wenn man an München oder so denkt. Ja, oder Hannover bist du, glaube ich, bei 3,10 Euro für eine Zone. Ja, ja, genau. Ich meine, da sind wir auch zum Flughafen gefahren. Das hat, glaube ich, 5 Euro oder so gekostet mit dem öffentlichen Nahverkehr. Und da ist Berlin immer noch sehr günstig dabei, vor allem für die Abdeckung, die man hat. Auf der anderen Seite aber der öffentliche Fernverkehr von der Deutschen Bahn. Was die für Preise verlangen. Und dann halt auch so unterschiedlich. Es gibt ja die Sparangebote und einen super Sparpreis. Wo ich ja irgendwie, das nutze ich ja ganz gerne mal mittlerweile auch oder heute gemerkt, wie scheiße das ist, weil du halt auch gar keine Stornemöglichkeiten hast. Bei manchen ist es ja halt da noch von wegen, was ja auch extrem ist, so wie Stornegebühren von, weiß nicht, 19 Euro. Und da hast du ein Ticket, was irgendwie 30 kostet oder so. Ja, ja. Ja, cool. Aber noch viel geiler geht es, was ich gesehen habe, bei den super Sparpreisen. Stornierungen komplett ausgeschlossen. Weil das sind dann halt, wo du denkst, aber es sind trotzdem vielleicht 25 Euro oder so. Was auch für die Auslastung super ist. Ja. Dass du halt nicht mal sagen kannst, du kannst den Platz dann vielleicht nochmal weiterverkaufen. Also generell, die Bahn wäre ja auf vielen Strecken viel ausgelasteter, wenn sie einfach die Preise anpassen würde. Und das Geile ist, ich bin ja in der letzten Zeit oft gefahren, IC und sowas, und du hast selten mal eine komplette Fahrt, wo nichts passiert. Also wo alles in Ordnung ist. Alleine halt Türen. Also Wahnsinn sind diese Glastüren, die mit Sensorik dann halt aufgehen, aber die total auf unwaage Positionen halt reagieren. Was ja permanent im Zug der Fall ist. Deswegen sitzt du halt vielleicht direkt am Rand von 2. Klasse und dahinter ist Klo oder sowas. Und hörst du immer. Und guckst am Anfang noch 20 Mal, merkst du, da kommt keiner. Das liegt nur daran, dass wir halt einfach nicht mehr genau irgendwie vage sind, sondern vielleicht 5 Grad unter. Oder die Motoren sind langsam. Gestern ganz viele rennen gegen die Glasscheibe. Oder wedeln dann die ganze Zeit vor dem Sensor. Merken halt nicht, dass der Motor funktioniert, aber mal arschlangsam. Schießt halt davor und dann... Sehr gut, wenn man dann auch gegen den Motor die Tür versucht aufzuziehen, dann macht er mal... Und dann warst das. Und sich irgendwelche Gäste dann wie so eine Katze zwischen so einem 30 cm Spalt durchdrücken. Und du denkst, Alter, ihr müsst da nicht dran reißen. Manche, was ich schon gesehen habe, kluge Schaffner, die sie ein bisschen auskennen, die nehmen dann ihren goldenen Vierkant raus, entriegeln dann irgendwie den Motor, schieben die Tür einmal rein und dann verriegeln sie, dass sie nicht mehr rauskommt. Weil dieses alle 30 Sekunden... Da kriegst du auch einen Kopf, bist dann irgendwann so... Oh Gott, geh aus meinem Kopf. Kannst du ohne das Geräusch gar nicht mehr schlafen. Ja, genau. Zu Hause zum Einschlafen. Ich hab Föhn runtergeladen, ich hab Staubsauger runtergeladen. Das ist auch... Was war es neulich? Dass ein Drittel oder ein Viertel aller ICEs voll funktionsfähig sind? Also hat irgendwie so eine extrem niedrige Zahl, dass selbst die Bundeswehr kurz mal aufgeatmet hat. Und dann auch dieser Unterschied zwischen Bahnzeiten von wegen Pünktlichkeit und reeller Pünktlichkeit. Dieses Prinzip, was ich letztes Mal schon gesagt habe, Bahn, diese eigene Regelung innerhalb plus minus 10 Minuten ist immer noch pünktlich. Das ist immer noch pünktlich. Und auch diese neue Taktik, wenn der Zug merkt, alles klar, das wird nichts mehr mit pünktlich, ah komm, hier welche Haltestellen werden ganz, ganz wenig, da steigen vielleicht 30 Leute aus oder ein, fahren wir vorbei. Dann sind wir immer noch pünktlich nach unseren Regeln. Wo du denkst, erst mal seid ihr da nicht pünktlich und zweitens haltet ihr dann an Stellen, wo Leute halt Tickets gekauft haben. Und da heißt es ja, Entschuldigung, wir zahlen euch ein Taxi zurück oder hin. Also das machen die ja dann auch. Ja, ja. Wo du denkst, aber ist das nicht das komplette... Glück noch nicht passiert, aber also was für ein Chaos das ist. Dann zu sagen, du stehst dann halt da am Bahnhof und der Zug fährt durch, obwohl du ein Ticket da gekauft hast. Und dann heißt es eh, du verspät und verspät und verspät und dann bleibst du ja stehen. Und dann stehst du vielleicht irgendwie, jetzt bei den Temperaturen stehst du halt, weiß nicht, 30, 45 Minuten länger oder vielleicht eine Stunde und dann siehst du, wie das Ding durchrauscht. Ja. Also was dann in dir vor sich geht, wo du denkst... Und dann bist du da in Pimmelaue. Ja. In Ports. Ja, und willst dann einfach nur weg oder hast einen Termin. Ja. Und dann hilft dir ja auch nichts, dass die Bahn dir das Taxi zahlt in den nächsten Ort, wo du dann eine Stunde auf den nächsten Zug warten kannst. Geil finde ich halt auch immer diese Verspätungsreglements, dass du sagst, ab einer Verspätung von 60 Minuten hast du 25% Ermäßigung auf dein Ticket. Aber dann erst ab drei Stunden hast du Ermäßigung auf 50%. Du denkst, was? Der Tag ist doch gelaufen. Ja, und du musst es halt da beantragen am Schalter. Genau. Das ist ja auch noch... Du kannst ja nicht mehr in der App dann irgendwie klicken, was ja möglich wäre, dass die Gitter abgeglichen wird. Ja. Aber du musst ja dann irgendwie zum Schalter, stehst dann da zwei Stunden an, streitest dann mit den Leuten wie ein Idiot rum. Und versaust... Also du kannst dich ja nicht mehr entspannt ins Café setzen. Und da die halt auch irgendwie 87 Millionen verschiedene Verbindungsmöglichkeiten und Tarife haben, sitzt mit Sicherheit jemand vor dir, der ja auch nicht genau weiß, was du für einen Tarif hast. Und dann kommt sowas... Ja, weil wir haben Superspar Plus mit City Interregio. Das können sie ja gar nicht stornieren auf 25%. Da kriegen wir 17,5 Euro aus. Und dann haben sie aber noch ein Ticket in der Erkenschwick. Ich muss mal den Herrn Reutwiller einrufen hier. Herr Reutwiller bitte an die Sieben. Herr Reutwiller bitte. Ja, alles... Also diese ganze Preispolitik, gerade von der Deutschen Bahn, das ist halt einfach sehr unschön. Und ich verstehe es manchmal auch nicht. Ich habe jetzt ja sehr viele Tickets selber gebucht. Und dann hast du halt ein und dieselbe Strecke, hast du dann halt um 15.03 Uhr für, weiß nicht, sagen wir mal so eine Lust... Nein, ich sage jetzt keine Städte. Aber sagen wir mal von... Also ich sage mal Berlin doch als Stadt, aber dann irgendwo in den Süden, sehr tief in den Süden, Fahrt von fünf Stunden mit drei Verbindungen oder fünf Verbindungen für 60 Euro mit Bahncard und ermäßigt, scheiß, bla bla. Dann hast du aber eine halbe Stunde später, wo es viel besser für dich passt, die gleiche Fahrt für 130 Euro. Und du denkst... Ja, also auch diese Idee von der Bahn, die Fahrgäste so zu lenken. Ja, genau. Das hat so ein bisschen was von Rollercoaster-Tycoon. Dieser Zug ist leer, kauft mal da ein Ticket. Du denkst, aber ich muss... Ich will nicht eine halbe Stunde länger warten oder ich darf nicht später kommen, sowas. Ja, aber kauft doch bitte ein früheres Ticket. Also das ganze Bahnmanagement ist so extrem verquer, also das widerspricht jeglichem Sinn und Verstand, irgendwie wie die Deutsche Bahn den Fernverkehr organisiert hat. Gerade wenn du überlegst, wie günstig halt im Vergleich oft ein Flug ist. Ja. Was ja das... Das ist ja auch das Krasse, dass du natürlich auch als verantwortungsbewusster Mensch sagst, du willst halt so wenig fliegen wie möglich. Ja. Vor allem was Inlandsflüge angeht, was halt einfach ein extrem vermeidbarer CO2-Ausstoß ist. Und die Bahn macht ja auch tatsächlich Werbung damit, dass sie die umweltfreundliche Alternative dazu sind. Ja. Aber dann halt für einen Preis, dass du dich halt schon öfter mal fragst, naja, also gebe ich jetzt 120 Euro, sag ich mal, für eine Fahrt nach München aus oder 50 Euro für den Flieger. Ja, ja. Ja. Und dann halt auch die Zeit und dann halt auch die Verbindung. Das Geile ist ja, manchmal fährt man dann halt auch über irgendwelche Städte, man will beispielsweise nach München und dann steigst du in, weil so ein spargünstiges Ticket einmal irgendwie in Frankfurt und sonst wo noch um. Und wenn du aussteigst, weißt du, dass aber der Zug, der IC, aus dem du steigst, auch nach München fährt, wo du hin willst. Ja, ja, ja. Und dann heißt die, aber das ist ihre Verbindung. Und der ist leer. Genau. Wäre das nicht so, ja, aber das ist ja nicht mehr Superspar plus extra. Und das wäre eine Stunde günstiger oder eine halbe oder zwei Stunden. Das hast du ja auch mal, dass du nicht sagst, ja, dauert aber halt dahin sechs Stunden. Nee, ihr habt eine Direktverbindung oder direkt in Anführungszeichen. Das wäre definitiv interessant für mich, anstatt zu sagen, ja, sechs Stunden. Und dann überlege ich halt wirklich, da zu fliegen. Und dann zahle ich dann halt auch nicht. Wobei ich schon mal auch, ich hatte schon mal einen Schaffner erlebt, wo ich dann halt meinte, so ja, muss ich jetzt wirklich in Dresden umsteigen? Da kam ich halt auch gerade aus dem Süden nach Berlin von so einem Studentendreh und das war halt so ein Nachtzug. Also der theoretisch auch Schlafabteile hatte, aber ich hatte halt nur diese komischen Schlafhalbsitze, wo du so im 45-Grad-Winkel sitzt. Ja. Dann hätte ich halt in Dresden in den ICE steigen sollen, morgens um fünf. Und der meinte auch, mir ist doch scheißegal, bleib doch hier sitzen. Der Zug fährt auch nach Berlin. Das hast du aber eh oft, also diese Kulanz und die Freiheit des eigenen Lokführers, weil er ganz genau weiß, das ist meine Schicht. Während der Fahrt bist du halt einfach mein Gast und wenn du fragst, dann kann ich dir schon sagen, Alter, wenn das jetzt nicht voll ist und ich weiß von wegen der Sattel, dann ist mir egal. Ja, stimmt. Das ist manchmal ganz gut. Also das ist tatsächlich, Schaffner habe ich eigentlich größtenteils sehr freundlich erlebt bei der Deutschen Bahn. Ja, oder wie du halt einfach sagst, ist mir egal. Ja, ist mir halt einfach voll Latte. So manche, das ist ja halt auch so, wenn du irgendwie, wenn du halt frisch einsteigst und dann noch hier irgendjemand zugestiegen und dann weißt du, du hast was Ticket gegeben, aber die nicht. Und er sagt ja nicht von wegen, ey, ich glaube, vorhin bin ich vorbeigegangen und hier saß noch niemand, kann das sein, sondern er guckt die Nummer, noch hier zugestiegen, na gut, dann nicht, dann gehe ich. Also es ist halt auch, dass er die Frage nach, darf ich ein Ticket sehen, macht er halt nur einmal, wenn er halt der Zug losfährt und er geht einmal den Zug durch. Und danach geht er zwar immer wieder zurück und fragt, aber auch nur, um die anderen nicht zu belästigen. Und das ist natürlich für viele, glaube ich, auch der Trick, dass sie sagen, äh, schön, also Dresden, Berlin fahre ich immer umsonst, weil das ist der Zug, der kommt aus München oder was, da stelle ich halt ein und fragt er 20 Mal zugestiegen und dann sage ich, ey, schön. Und dann tue ich schlafend. Ja, beziehungsweise das hatte ich jetzt ja auch, was ich letztes Mal erzählt habe von wegen, ey, ich müsste ja gerne so. Ja, ich habe Komfort-Check-in. Ja, aber du bist jetzt hier nicht so ganz sicher. Ich sehe, dann mach das doch nicht. Aber genau, ne, das ist ja so eine Option, die kann ich halt auch über Handy-App und sowas nutzen, ähm, aber, äh, Stornierung und sowas, total Problem. Also da könnte man ja auch genauso wie Amazon, das ist ja tausendmal leichter, dass du halt dann in deiner App sagst, hier stornieren. Warum willst du stornieren? Oder zurückgeben, Rückerstattung, bla, ja, muss ich nicht angeben. Ja, okay, alles klar. Dann kannst du es jetzt ja auch so, du musst dir nichts mehr mal ausdrücken, nimmst halt einfach den QR-Code, gehst zur deutschen Post oder sowas und dann scanne ich es ein und kleben dir für dich das Ding, sowas, wo du denkst, Alter, das ist, das ist Kundenfreundlichkeit und dann nicht irgendwie sagen, ja, ruf bei uns an oder fax es auf ein Karopapier, sonst können wir es nicht in unser System rein, in den Pronto 300. Pronto 300 storniert nicht gern. Ja, dass die mit dem Satz auch Werbung gemacht haben, damals für den Pronto 300. Dann sein neues Grau entwickelt, das Pronto Grau. ich wollte gerade sagen, es ist immer noch ein Fortschritt zum Pronto 200 und seinem alten Slogan. Das erste Voice-Style, wo man exakt den Ton nachmachen musste. Also ansonsten kann ich ja sagen, vielleicht mal, also was im öffentlichen Nah- und Fernverkehr gilt, ist halt im Winter einfach die Erkältungswahrscheinlichkeit. Was? Also ich meine, dich hat sich jetzt voll erwischt, dass du im Fernverkehr, wo du noch unter der Klimaanlage zusätzlich leidest, wo die Schleim heute austrocknen, aber im Nahverkehr ist es ja ähnlich, da bist du halt einfach dicht gedrängt mit tausenden von Leuten. Oh, ich finde es so unangenehm, ich finde es so unangenehm. Also ich glaube, wenn ich richtig, richtig Kohle hätte, das heißt, Mittelklasse-Gehalt. Welches Mittelklasse-Gehalt? 987 oder 4000? 1000 Euro. Ja, wo ist der Unterschied? Eben. Schön die dicken 987 Euro im Monat bonzen von der FDP. Dann sich so eine schöne Bahncard 100 erste Klasse holen. Aber da habe ich halt, ich höre immer nur Geschichten, so von wegen, da sitzen dann halt einfach die richtigen kaputten Egos drin. Ja. Also das kann ja nicht sein, wissen Sie, wer ich bin? Wissen Sie überhaupt, wer ich bin? Der Platz hier. Also warum sind, wissen Sie, wer ich oberst? Oh, das muss, da wäre ich ja auch am kotzen. Wo ich denke, ey, geh mal bitte kurz auf Toilette, ich reibe alle Tasten von deinem Laptop mit meinem Penis ab. Wahrscheinlich hätte ich dabei verloren. Das wollte ich gerade sagen. Er kommt wieder grinsen und ich denke, ah. So die durchschnittliche Laptop-Tastatur. Ja. 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 Ähm. Ja. Was ich immer wieder geil finde, sind die deutsche Bahntoiletten. Psch. 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 Ja. Also das ist gut, wenn man die Hand reinhält wie du, ist das halt eh nochmal ein anderes Erlebnis. Aber diese, diese Saug-Unterdruck-Toilette, wo du denkst, oh mein Gott, wo geht das jetzt hin? Wäre für zu Hause auch schon ganz lustig. Das wäre cool. Früher war es ja noch so, dass es halt immer irgendwo so kleine Landstrecken, dass es da rausgeballert haben einfach. Ja. Da hast du es doch gesehen, wie es einfach, pfff, wo du denkst, hä? Wo kommt denn das? Äh! Schön! Was soll denn das? Ja. Jetzt dürfen sie es, glaube ich, nicht mehr. Das hat man den, den Solidaritätsausgleich der Deutschen Bahn genannt früher. Und, es gibt jetzt Desinfektionsspender auf Toiletten. Ich weiß nicht, ob es das schon länger gibt, aber das, das Komische ist bloß, das Zeug, was da rauskommt, riecht halt nicht nach Desinfektion, sondern riecht halt nach, ich sag mal so, Industrieseife. Ja. Du denkst, ähm, also, die Leute sollen sich dann darauf setzen und das ist aber, ich sag mal so, Powerplex 500, also sowas wurde, weiß nicht, dehnbare Dehnungsfugen halt rausspülen kannst und dann hast du das am Hintern. Ich weiß jetzt nicht. Das ist eh, auf Toilette gehen, Deutsche Bahn, du bist halt irgendwo gerade, hast hier so ein schönes Nest gebaut und du willst halt ja nichts anfassen und wenn sich dann irgendwas bewegt, also, wie man dann anfängt zu schwitzen und tausend Tote zu sterben. Dich, 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 ja, ich meine, das ist generell öffentliche Toiletten, aber die in der Bahn sind. Ja, aber öffentliche Toiletten normalerweise bewegen sich halt nicht. und sind nicht in diesem Gefängnis-Metall-Look. Ja. Ja. Gerne, irgendwann saß ich mal drauf, da hat sich die Spiegelseite unter dem, über dem Waschbecken, das ist halt auch eine Tür, wo hinter, wo sehr viel Elektronik versteckt ist, was wir wenigstens wissen und die hat sich geöffnet, weil der Schließmechanismus nicht mehr so richtig funktionierte und da sitzt du auf, da gehst du auch so ein bisschen auf, gehst du sieben, da ist halt so 70.000 Relais, klick, 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 Licht an, auslängst, ähm, willkommen in der Truman Show. Soll das hier in der Nasszelle so sein? Oder sind das so so drahtige Griffe, wo ich jetzt mal feucht reingreife? Das Geil ist ja auch, wie ich das, als ich das dem Schaffner mal gesagt habe, der meinte, ach so, ja, ist ja wie aufgegangen. Wie, was? Ihr wisst das? Ja, ja. Ja, wie gut, was willst du machen, ne? Ich meine, so ein Schaltrelais kann auch mal auf dem Klo versteckt sein. Das ist wie so ein Wimmelbild. Wenn du auf dem Klo sitzt, der langweilig ist, guckst einfach ins Schaltrelais, guckst, welcher Kreis wohin führt. Ja, ziehst mal irgendwo dran. Ja, eben. Ein bisschen Trial and Error. Vielleicht hat das hier gestern jemand gemacht, warum wir in einer halben Stunde Hannover standen, als es dann hieß, ja, bei der Anfahrt hat sich leider eine Bremse aktiviert von alleine, die sich da nicht mehr lösen wollte. Das haben wir jetzt gelöst, das Problem. Okay, muss ich mir jetzt Sorgen machen, dass wir dann bei Tempo 300 plötzlich eine Vollbremsung machen, weil sich da eine Bremse aktiviert. Das darf man nicht so sein, mal so eine Vollbremsung bei 300. Was passiert da? Was soll passieren? Eben, Tempolimit ist ja rauf, Straßenquatsch, für den Zug erst recht. Ja. Was ich auch noch sehr schön finde, sind die Sitze im ICE. Die haben ja mittlerweile diese Funktion, dass wenn du dich nach hinten legen willst, also quasi diesen Knopf drückst oder ziehst, das Einzige, was passiert, ist nämlich, dass der Sitz nach vorne sich schiebt und die Lehne runterrutscht. Ja. Aber der Winkel verändert sich nicht, also in dem Sinne, beziehungsweise er wird für dich halt kleiner. Du hast weniger Beinfreiheit und weniger Rückenfreiheit in dem Sinne. Es ist halt einfach nur komfortabel für den Hinteren, dass sich nichts verändert, dass der Sitz und der Sitz hier entgegenkommt. Es passiert nichts, die Wand bleibt gerade. Und das ist halt so, ich habe gestern gedacht, äh, warum rutscht mein Knie vorne? Au, au, ach so. Einfach nur der... Aber so kriegst du pro ICE zwei zusätzliche Fahrgäste rein. Bestimmt. Da musst du auch mal dran denken. Ja. Und noch vier in die Kofferablage. Ah, sehr gut. Sehr geil finde ich halt auch, jemand packt halt irgendwie einen schweren Koffer über deinen Sitz, über deinen Kopf und sitzt halt aber drei vor, drei zurück, weil nirgendwo mal Platz ist. Und der auch so halb rausguckt. Ja, und dann mal so wackelt und ab und zu, ja, wenn was... Sag, ne? Sag Bescheid, wenn irgendwas ist. Äh, ja, wenn der mir auf den Kopf fällt. Ja. Die guten alten Acme-Wackersteine. Wie sind denn so... Du fährst doch hier... Du fährst zum Beispiel mehr öffentlichen Nahverkehr in Berlin. Ich fahre öffentlichen Nahverkehr, ja. Bist du da so ein Sitzer oder ein Steher? Alleine bin ich... Normalerweise setze ich mich hin. Ich habe halt keine Lust, was anzufassen und es geht leichter, man sitzt. Okay. Ich habe neulich, also nahe Strecken fahre ich ja schon mit dem Rad jetzt. Spannender Aufredesign. Ja, ja, war so einfacher. Aber neulich bin ich nach Wedding gefahren und da fahre ich ja... Da fährst du ja mal mit der U8. Also U8 oder U6. Die U6 geht ja noch. Die U8, die halt zwischen Neukölln und Weddinger und Herfeld ist echt so eine Abfahrt-Linie. Das ist die Linie für Amboss, den Kontrollator. Also wirklich, ich habe da schon gesehen, also Rauchen auf dem Bahnsteig ist auf der U8 auf jeden Fall erlaubt. Das ist Pflicht. Aber Leute pissen halt auch auf den Bahnsteig. Ich hoffe, in den sonstiges Behälter. Die einfach gegen die alten Schaffnerhäuschen. Also wirklich, meine Güte, ey. Was ist denn da für Haltepunkte? Also was ist denn da... Also Punkstraße, Wollankstraße. Ich meine, sind da irgendwelche coolen Schulen? Seestraße. Nee, das ist halt einfach nur von Problemkiez zu Problemkiez. Also von der Hermannstraße Horenwedding. Okay. Ach, meine Güte, ey. Wo war ich dann an der Punkstraße, Prinzenstraße, Punkstraße, Prinzenstraße, Regentenstraße oder so? Nee, es gibt da eine andere. Oder irgendwie so, ach, Mann, ey. Auf jeden Fall der mega Abfuck, diese Linie. Und das also generell, dass das Rauchverbot einfach dann nicht durchgesetzt werden kann. Aber wir haben wir auf Kamera. Ja, cool. Aber ich meine, das kannst du halt auch abschreckendere Preise verlangen, als die BVG das macht. Ja, also einfach so Bahnhöfe, wo du weißt, das hat dann jeder aufgegeben. Ich bin ja auch mal mit O8 gefahren, als ich noch die Cash Show moderiert habe. Ja, jetzt gibt es ja diese deutsche Antwort. Ja, also sicherlich noch mehrere. Also ich meine, die krass teure Fernsehwerbung. Ich dachte so, äh? Ach, da steht auch irgendein dummer Investor dahinter, der sein Geld vor der Steuer verstecken will. Uber Deutschland. Oh, das habe ich neulich gehört. So eines der krass überbewerteten Unternehmen ist WeWork, die jetzt hier auch so eine Zweigstelle in der Nähe haben. Das ist halt so ein, du kannst da einen Büroplatz mieten. So Workspace-Dinger. Genau, genau. Und das, die, so Tagesdinger oder? Tages-, Monats-, Wochen-, Tickets. Also das ist relativ flexibel. Du kannst, also entweder nur einen Schreibtisch oder du nimmst dir einen Platz auf der Couch, wo du im Laptop sitzt oder einen Konferenzraum. Also hast du verschiedene Möglichkeiten. Büro? Auch ein eigenes Büro, ja. Das ist ja genau das, was ich gerade für lustig. Ja, aber halt einfach in so einem hippen Design. Also ne, alles sieht schön lässig aus und es gibt halt so große offene Räume und eine Bar, wo du networken kannst. Also so ein Hipster-Lock-Versuch. Genau, genau, aber halt, also Startup, you name it, we have it. Genau, die sind mit 47 Milliarden bewertet und das Problem, was die haben ist, die gelten halt als Tech-Unternehmen, aber natürlich sind sie eigentlich ein Immobilienunternehmen, die halt große Immobilien anmieten, umräumen und in kleine Immobilien aufteilen. Wie so ein Tech-Unternehmen? Ja, das ist eine gute Frage, das weiß nämlich auch keiner so richtig und im Vergleich zu, es gibt noch ein ähnliches Geschäftsmodell, der heißt Regus, Regulus oder so. Regulus, wir haben Häuser. Genau die. Und die sind nur mit 4 Milliarden bewertet, die machen aber tatsächlich Gewinn, also deren Bewertung basiert auf den Zahlen und bei WeWork geht es halt nur so darum, ja, die haben irgendwie so ein bisschen den Spirit, die machen jetzt auch WeWork Schulen auf und WeWork Gyms und so, die wollen als Marke expandieren. Vollkommen skurril. Der einzige Vorteil, den WeWork hat, ist, die haben halt, die sammeln halt massiv Daten der Leute, die da Sachen mieten. Ah, cool. Dass du halt einfach, also halt alle Daten, die zur Mietung relevant sind, was du im Büro machst, ist halt egal, aber alles, was, wie du mietest, wann du mietest, wofür du mietest, wird halt gesammelt, damit sie halt möglichst effizient umbauen und ausbuchen können. Okay. Und das ist halt die Frage, ob das die Milliarden wert sind. ganz blödsinniger Einwurf, ich habe es nur neulich gesehen. Ach, das geht ja besser jetzt. Falls ihr das gerade im WeWork hört. Was denn mit Bus fahren? Bus fahren ist ja so die niedrigste Form vom öffentlichen Nachverkehr. Ja, Bus ist schon echt, also, nun gehöre ich auch zu den unglücklichen Seelen, die halt in verschiedenen Verkehrsmitteln unter Übelkeit leiden. Ist so. Also rückwärts im Bus, da ist bei dir Feierabend, oder? Es kommt drauf an. Also ich weiß inzwischen genau, was es ist. Es gibt so verschiedene Punkte, was halt so das ständige Bremsen und Anfahren angeht. Davon wird mir schlecht. Ja. Also wenn es im Magen schwappt. Genau. Also es gibt halt Busse, wo das Problem losgeht. Und es gibt Busfahrer, die halt genau das, so, das war super. 50, 30, 50, 20, 50. Ähm. Vielleicht haben die auch einfach nur diese kurzen Schlafmomente, dass sie wieder aufwachen. Die das halt als Fahrstil kultiviert haben. Ähm. Tatsächlich auch Trampfahrer teilweise, aber beim Bus ist es schlimmer. Und ich, also ich meine, Bus ist halt generell auch einfach nicht schön. Zum Glück sind wir halt in der Innenstadt weniger auf den Bus angewiesen. Mhm. Aber dann kommt halt ab und zu schon mal in die Verlegenheit, den dann nutzen zu müssen, gerade wenn morgens oder so unterwegs ist die Bahn noch nicht wert. Ich hasse Busfahren. Schlimmer ist nur der Fernbus. Zum Kotzen. Boah, Fernbus, ey. Kniescheiben schön vorne abgeben, sich irgendwo reingeschweißt. Die auch, die es auch schaffen, immer so Polster aufzutreiben, die noch nach kaltem Rauch riechen. Mhm. Obwohl sie das definitiv nicht mehr sollten. Ja. Und irgendwelche Aspistenplatten. Ja. Also ich finde ja Bus, wenn er, wenn er fast leer ist und längere Überlandfahrten hat, das finde ich dann irgendwie ganz angenehm. Aber so in der Stadt finde ich es halt immer, immer unangenehm. Irgendwas anfassen. Es dauert halt auch ewig. Bus dauert halt. Ja, die sind dann halt auch teilweise Straßen. Du denkst, also auch für den Busfahrer, krasse Konzentrationen, weil der halt mit so einem Monster-Ding dann da halt irgendwie so eine kleine Nebenstraße in Neukölln. Was ist denn diese Gravitationskraft heute? Äh, überall, naja, manövriert. Irgendwann steht er in zweiter Reihe, weil die immer Umzug macht. Er versucht da rum. Dann ist es so krass. Da kann es aber auch, ja. Das wäre so ein Moment, wo ich als Busfahrer wahrscheinlich dann irgendwie Tür auf, anfangen zu heulen, schreien, wegrennen. Hääääh! Ja, wer will jetzt mal? Das ist schon der sechste Bus, den Dirk diese Woche alleingelassen hat. Ich stecke immer einen anderen ein, die leer, die auch leer stehen. Das hat einfach mittlerweile alle Busfahrer machen. Das Sim-City-Prinzip. Ja, ist es, also Bus ist halt echt, echt nicht schön. Aus Spandau bin ich es halt so gewohnt. Ja, es ist halt das Hauptnahverkehrsmittel, der Bus. Aber was du nicht mehr erzählt, da gibt es diese exquisite Bus, Pseudobusfahrt vor die Tür mit so klein. Ja, genau. Also halt so ein bisschen wie der Berlkönig. Aber das gibt es halt, in Berlin gibt es halt mehrere Gebiete, wo es diesen Shuttle-Service nachts gibt. Die werden halt nachts vom Nachtbus nur noch so zu einer zentralen Station angefahren und dann sind es halt irgendwelche Reihenhausgebiete und da gibt es halt ein, da fährt dann halt ein Transporter und der fährt dich dann bis zur Haustür nachts. Krass, ey. Du musst halt nur ein besserer Mensch sein. Ja, genau. Es ist in Klado, in Mahlsdorf und irgendwo in Zählendorf gibt es auch noch so ein Viertel. Das sind die drei, von denen ich weiß oder die es halt damals irgendwie gab. Zählendorf fährt mal Bus, das ist ja auch unangenehm. Ja, ja. Grunewald gibt es das gar nicht, weil da gibt es auch keine Busse. So ein Stealthbus. Grunewald gehört zu Zählendorf. Ach so. Größtenteils, würde ich sagen. Ja, also aber halt so das sind so die Gegenden, wo die Villen stehen und dann gibt es halt einen zentralen Bahnhof und dann noch mit der S-Bahn oder im Nachtbus angefahren wird und dann steigst du halt in den Shuttle-Service. Cool. Oder du wirst reingetragen. Ja, ja. Ja, das, du hast ja mal einen ähnlichen Dienst für den Bergkönig benutzt. Wie heißt das? My Taxi? Ne, was Philipp da hat. Ja, genau. Wie heißt das? Car Shuttle. Ah, Car Shuttle heißt das? Ja, oder Shuttle Car. Okay. Ja. Ja, da ist der, weil Philipp meinte, dass halt Bergkönig, die sind halt so eine Datenräuber. Ja. Die schlucken halt auch Clever Shuttle heißt das. Ja. Und die schlucken halt ohne Ende Matrosensperma. Ja, wahrscheinlich und Daten. Die schauen alle da in der Daten und Clever Shuttle ist irgendwie eine Kooperation, also Clever Shuttle selber an sich mit der Deutschen Bahn und die ganzen Fahrzeuge sind entweder Wasserstofffahrzeuge oder Elektrofahrzeuge die ganzen Fahrer sind halt ja, ausgebildete Personen, wie heißt das, Personenkraftfahrer oder so? Ja, haben Personenbeförderungsschein. Ja, genau. Also ja. Und die haben halt alle einen Festgehalt und nicht wie bei manchen großen Taxigesellschaften, dass die halt auf Provisionen dann fahren. Also wenn ich halt richtig viele reiße, dann kann ich halt auch richtig viel Kohle machen und somit dann halt auch zu lange Schichten übernächtigt, rumheizen und so. Das ist ein klassischer Uber-Phänomen. Genau. Und das ist halt bei Clever Shuttle dann halt alles außen vor. Da ist es halt so, dass manche Fahrer, also manche Gäste das halt irgendwie nicht schnallen, weil da ist es ja halt auch das Prinzip von Bergkönig, dass du sagst von wegen ich bin hier und ich will dahin und die sagen, alles klar, cool, du passt auf unsere Route. Wir fahren dann halt da vorbei und werden dann halt aber noch zwei andere Leute auf den Weg hin. Deswegen, es dauert ein bisschen länger, aber es ist halt 50% des Taxi-Preises. Also es ist halt dann echt günstig und dann ist wohl manchmal, dass dann Gäste halt anfangen rumzupöbeln. Wenn du hier gerade fährst, wäre aber schneller. Alter, du Affe, du fährst für 5 Euro gerade hier irgendwie eine halbe Stunde durch Berlin. Gut, die menschliche Komponente ist halt immer so eine Fehlerquelle. Ja, aber es ist halt so krass, wenn die Leute sich diese App ziehen, dann müssten sie eigentlich informiert sein. Dann hat wahrscheinlich irgendwer nur gesagt, ey, nimm das, fährst du 50% günstiger. Geil. runtergeladen. Der ist ja gar nicht direkt gefahren. Weiß ich nicht. Ja. Was ich, wie findest du die Werbung eigentlich von einer BVG? Die sind ja oft irgendwie sehr lustig in der Werbung. Weil wir dich lieben, die Kampagne. Ja, und dann halt auch einfach, was die für Spots dann gerissen haben. Das sind echt schon. Also ich finde es schon ganz lustig. Ich mag auch die Weil wir dich lieben Kampagne ganz gerne. Der Typ ist ja mittlerweile weg. Da war ich ja bei BVG da, als ich mir damals gearbeitet habe. Harribert, liebe Vogel. Der ist jetzt bei Hamburger Hochbahn. Wahnsinnsinformation. Ah, ah. Der soll die da halt irgendwie in schwarze Zahlen bringen. Ich habe gehört, der war vorher auch bei der einen Schienenbahn in Ockdenville. Uh, ich habe die Schwebebahn in Wuppertal gesehen. Leckt mich schon mal Ars. Ja. Ich mag die Kampagne ganz gerne, auch wenn sich der Gag halt irgendwie totgelaufen hat. Also ich meine. Was ich ein bisschen schwierig finde, ist, dass halt Dinge sich nicht ändern, die dann in der Werbung halt immer so ironisch. Ja, wir kommen zu spät. Ja, wir sind dreckig. Ja, Fahrer sind halt oft ruppig. Haha. Und, was willst du machen? Und dann ist es halt so. Also es ist halt immer nicht mehr so. Ja, ist voll gut, der Insights genau. Sondern, Alter, kommt doch mal pünktlich und ändert doch mal den Scheiß und sagt nicht von wegen, ja, wir sind halt so. Berlin ist auch so. Das war in der Berliner Zeitung war das halt jetzt irgendwie auch Thema, weil die BVG leidet halt massiv darunter, dass die Kapazität nicht mehr reicht. Das, also ich meine, Berlin hat halt ständig eine wachsende Population. Der Grund, dass der Service halt schlechter wird, ist, weil einfach mehr Bürger und Bürgerinnen die BVG nehmen müssen. Und die Züge haben halt noch die gleiche Kapazität wie vor ein paar Jahren. Ja. Als dann irgendwie, ich weiß nicht, und dann hast du halt eine halbe Million Fahrgäste mehr oder eine halbe Million potenzielle Fahrgäste mehr und das sorgt halt dafür, dass die Auslastung auf einem Maß ist und dass du halt nicht mehr hinterherkommst mit der gleichen Flotte. Ja. Und das ist halt schwierig da aufzurüsten und das, also das war in der Berliner Zeitung halt jetzt irgendwie Thema vor ein paar Tagen. Wie sieht es bei dir aus mit diesen privatisierten Nah- und Fernbahnen, so wie der Neutronom oder Abelio oder... Der Flixbus-Zug. Genau, so ein Scheiß. Da gibt es ja halt die Rhein-Ruhr-Rhein-Hessen-Bahn und so weiter. Da gibt es ja halt irgendwie, ich weiß nicht, sind das dann wahrscheinlich nicht immer von irgendwie Kommunen oder sind das dann immer auch Privatdinger? Ich glaube, das sind schon größtenteils Privatdinger. Also, klar kann es sein, dass die Kommunen sich dann teilweise mal zusammenschließen und sagen, naja, wenn die Deutsche Bahn uns nicht mehr anfährt, kaufen wir halt einen Regionalzug und fahren den halt immer hin und her. Was ich halt einfach super krass finde, ist, dass die Bahn halt nicht verpflichtet dazu ist, die Züge anzuzeigen. Okay. Auf den Gleisen. Ja. Also du siehst dann halt auf der Anzeigetafel nicht, wenn irgendein Konkurrenzanbieter da Gleis 5 anfährt. Das ist schon assi, ey. Ja. Also, dass du halt dann nicht sagen kannst, im Sinne der Fahrgastfreundlichkeit müsste das eigentlich so sein, dass es zumindest auf der Anzeige angezeigt wird. Die Bahn kann das mit Werbung und so ja immer noch übertönen. Aber halt dann zu sagen, ja, weiß ich nicht, ist deren Problem, wie die Publikum machen, dass sie einfahren. Also es sind ja auch schon manche gescheitert. Es gab halt irgendwie so ein Ding, die sind von Berlin über Hannover bis nach Stuttgart runtergefahren und zurück und die wollten nachher so ausbauen weiter in den Norden hoch. Ich weiß nicht mehr, wie die hießen. Und die hatten halt alte deutsche Bahndinger aufgerüstet. Die waren halt alle total schön. Es gab halt irgendwie, wenn ihr Tickets holt, für jeden gesicherten Sitzplatz. Es gab überall, also das hatte damals die Bahn noch nicht überall, halt freies WLAN und so einen Scheiß. Die waren auch so ein bisschen nachhaltiger. Da gab es dann halt im Zug gab es halt immer so Saftleute. Die haben dann immer lokale Getränke angeboten und das halt auch immer in Pfandvarianten. Da gab es halt nichts in Plastiken, nichts zum Wegschmeißen. Ja, und die haben aber, glaube ich, nach zwei Jahren fahren die dann weg. Also ich glaube, da hat irgendwie auch die Bahn so alles gegeben, um die halt zu drücken, so, um zu zeigen, ja, so, das könnt ihr hier nicht halten und ihr könnt ja auch nur die Strecken nutzen, wenn wir sie freigeben und die hatten halt eine krasse Pünktlichkeitsrate sowas und das, weiß ich nicht, wahrscheinlich könnten die dann alle rechtlich mittel ausschöpfen und gesagt, ja, aber hier muss jetzt die S37 nach Pimmelhausen einfach mal zusammen berechnen, regelmäßig, wenn ihr da vorbeifahrt, es tut uns leid, ist halt so. Ja, aber ich meine, aber selbst wenn du halt irgendwie, selbst wenn die Bahn dann nichts macht, musst du halt dann einfach mit einer Marge arbeiten, die sich oft dann nicht mehr rentiert. Ja. Weil, ich meine, wenn die halt sagen, naja, sie wollen dann diesen Premium-Service anbieten, Das krasse ist ein Premium-Service, aber ein bisschen preislich kompetitiv. Ja, eigentlich ist es nur ein ganz normaler Service. Ja, genau, es muss so ein Standard sein, aber dann so, ihr kommt pünktlich an, es funktioniert alles und es ist ganz nett. Wow, das ist ja High-End, was ist das? Acht Sterne? Ja, wir dachten, es wäre normal. Hört auf, ist eine deutsche Bahn gewöhnt, da ist das nicht normal. Geil ist auch Ansagen, Ansagen in öffentlichem Nah- oder Fernverkehr, in der Bahn sind es immer diese Fake-Ansagen, wo du halt immer nicht so richtig daran glaubst und gerne in der S-Bahn hast du immer, jedenfalls Berlin, hast du immer diese harten Dinge, also von denen, Vorsicht an der ersten Tür, habe ich gesagt, wenn ihr euch da alle gegen drückt, dann geht die nicht zu und wir fahren nicht los. Na ja, mit dem Fahrrad nochmal, Fahrrad nicht im ersten Waggon. Ja, das ist ja hier der Kurt Krömer, ne? Ja, alles, das ist immer hier Klassiker. Ich finde, am besten sind aber die Ansagen direkt am Bahnhof, wenn du am Bahnsteig stehst und dann hörst du den, du wartest vielleicht irgendwie auf eine wichtige Ansage, Dude, danke für ihre Aufmerksamkeit. Was ich irgendwie, ich habe es mal eingesteckt, ich dachte, das wäre jetzt so vor der Deutschen Bahn, ich habe gepennt in der Bahn und dann habe ich das nur so geknistert hören und dann war an jedem Platz war eine Tüte Gummibärchen. Da dachte ich so, hä, ist das Standard? Oh, war der Weihnachtsmann da? Ne, da habe ich mich gefragt, ob das halt von der Deutschen Bahn war oder ob da irgendwer durchgegangen ist und hat da so ein paar Pädophile, hat er seine Telefonnummer hinten auf die Gummibärchen geschrieben. Oder selbst gebastelte MDMA-Testbeutel oder sowas, dass du denkst, äh, deswegen saß ich vielleicht im Nirwada und alles wackelte so, weil ich diese Pseudogummibärchen reingepfiffen habe, hätte ich nicht machen können. Das ist ja auch, die Deutsche Bahn hat dann oft so, ja, wie war das eine halbe Stunde so spät? Jeder bekommt ein drei Tage altes Schinken-Käse-Croissant. Ja. Es tut uns leid. Habe ich das letzte Mal schon gesagt, diese Fähigkeit von Kontrolleuren im öffentlichen Nahverkehr QR-Codes zu lesen? Mhm. Das finde ich interessant. Ich hoffe, das hast du nicht gesagt, aber... Das war, das fand ich das Geile, äh, wenn du halt so ein Bahn-Komplett-Ticket hast, da kannst du ja alles mitfahren, außer dann halt Busse, aber halt so Regionalbahn und dann halt auch S-Bahn, sowas, sowas, das alles erlaubt. Dann bin ich halt dann irgendwo, ich weiß nicht, sag mal Wuppertal mit irgendeiner S-Bahn drinne und dann, äh, ja, hier einmal die Fahrkarten bitte und da zeige ich natürlich meinen QR-Code, können sie einscannen, haben ja halt alle die gleichen Gerätschaften und dann gibt's manche, die halt runterscrollen, weil dann ja steht von wegen, für welchen Tag, von wo nach wo, dass sie wissen, okay, das müsste stimmen. Das machen dann halt die meisten ganz selten mal, dass jemand tatsächlich scannt, niemand will deine Bahn-Card sehen, was ja eigentlich auch nicht wäre und ganz oft, was ich geil finde, du siehst auf dem Bildschirm bei mir dann nur einen QR-Code und dann guckt jemand, ah ja, ist klar, es passt. Ich so, wie, ich könnte jetzt auch ein Foto von einer Montadella-QR-Code halt irgendwie drauf haben und du siehst das gerade oder der ist halt irgendwie, ich komme wieder, also keine Ahnung, dass sie das im Auge scannen, aber das sage ich voll oft, dass sie immer eine QR-Code sehen und denken, alles klar, bevor ich jetzt das Gerät raushole, was ich noch nie benutzt habe, ich weiß gar nicht, wie rum es halten soll, das einscan, dann sehe ich irgendwelche Daten, die ich nicht verstehe, ich sage mal, das passt. Ja, QR-Code scannen, auch so eine freaky Zukunftstechnologie, vollkommen absurd. Ich finde, eigentlich sollte die Deutsche Bahn für eine Fahrt dann ganz bestimmte Laute als Geheimcode dann rübergehen. Das wäre ja zum Beispiel deine Fahrt und das hört der, der nun weiß, der müsste jetzt so klicken und wenn dann halt irgendwie leichter Abwand lenkt, ach, ich glaube mal, das hast du, hast du jetzt gerade falsch wiedergegeben oder du bist ein Schwarzfahrer, mein Freund. Nee, nee, ich habe einen Heiler, ich bin heiser, ich bin heiser. Das finde ich auch viel geiler. Alle haben für jede bestimmte Fahrt eine Geräuschkombination. Ich habe eine Monatskarte, meine Monatskarte läuft und jedes Mal mache ich das ist falsch. Das ist eine Tageskarte für das Wochenende. Und zwar nicht hier, mein Freund, sondern auf den Seychellen. Potsdam-Seychellen, die klassische Zugstrecke. Sind die mit dem Tunnelschiff fertig? Ja, demnächst machen die gleichen Leute die BER bauen. Die gleichen Laute oder die gleichen Leute? Die gleichen Laute. Ja, für alle, die unseren Rabattcode nutzen möchten auf der Strecke Erkenschwick-Potsdam. Außer Tiernahrung. Hast du denn schon mal das Verköstigungsangebot der Deutschen Bahn genutzt? Ich glaube nicht. Ich glaube tatsächlich. Brokkoli-Tee oder? Also ein Wasser oder eine Apfelsaftschorle habe ich, glaube ich, schon mal gewohnt. Aber ich glaube, ich habe noch nie was gegessen. Warst du schon mal im Bordrestaurant? Nee. Ich auch nicht. Da höre ich immer die Geschichten von wegen, wenn du einen vollen Zug hast, geh ins Bordrestaurant und hol dir für, weiß ich nicht, 1,60 einen Tee und bleib da sieben Stunden lang sitzen. Ja. Du bist dann halt Gast im Bordrestaurant und du hast dann Sitzplatz. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das ganz gut funktioniert. Aber ich meine, du bist ja dann meistens auch mit der Tasche unterwegs, gerade in so vollen Farben. Aber die müsstest du ja eigentlich auch da unterbringen. Also eigentlich müsstest du Ja, aber du steigst ja dann da ein mit der Tasche und denkst, bevor ich jetzt mit der Tasche einmal quer durch hinzugehe, um dann im Bordrestaurant für 8,90 Euro einen Warsteiner zu trinken aus dem Plastikglas. Das ist eh der Wahnsinn, was die Leute rumschleppen. Also ich weiß nicht, ob die alle gerade permanent in Urlaub sind oder ob das berufsbedingt ist. Ja. Aber da halt diese riesigen Reisekoffer, die dann halt echt so breit sind, wenn sie die längs stellen, wie der Gang. Und zum Glück haben die halt vier Rollen und dann schieben sie die. Und dann aber jeder zweite. Also hast du eigentlich immer pro Menschen mindestens ein, so ein Ding und eine große Reise, so eine Tasche auf dem Rucksack. Tasche auf dem Rucksack, Tasche auf dem Rücken. Und die, also er hört auch regelmäßig diese Knie und Einklemmen. Au, oh, Entschuldigung, können Sie mal, ich muss, au, au. Ja. Das Gerangel. Das ist ja eh das Geile, wie sich Leute dann halt auch, wenn du denkst, wir kommen hier alle raus, alles ist gut. Und irgendwie eine Haltestelle und dann halt vor allen Dingen Senioren. Also ich weiß nicht, die haben ja, ob die das irgendwie damals Züge so waren, dass die normalerweise fünf Sekunden gehalten haben oder gar nicht hielten und nur in Schrittdämpfe vorbeifuhren und dann wieder Dampf nachgelegt haben oder was? Das war mehr oder minder wie ein Pater Noster auf Gleiden. Ja, also wenn du siehst, wie die Senioren sich raus beziehungsweise reindrücken, weil du hast halt hinter dir so sieben Leute, bist halt direkt an der Tür, die Tür geht auf, alle wollen raus, alle machen halt auf, aber du hast halt ein Seniorenpaar, was schon versucht, währenddessen die Leute aussteigen, rein, irgendwie rein. Da denkst du, Wahnsinn. Also in S-Bahn habe ich das auch ganz oft, da habe ich mich auch irgendwann mal so quergestellt, da habe ich so ein Opa so ein bisschen weggedrückt und dann habe ich gesagt, wir kommen nicht hier, wir kommen vom Land, wir kommen vom Land. Und seine Frau sichtlich hat sich geschäbt, war so, Gott, Walter. Und ich habe dir richtig irgendwie mit der Schulter da halt so einen weggedrückt, dachte ich, Alter, können wir mal raus? Das sind zwar so alte Klischees, aber wenn man das immer sieht, das ist so. Ja, ich kann ja, also was ich ansonsten echt noch, es ist nur so halb ätzend, eigentlich ist es schon ganz geil, aber es ist natürlich auch ein bisschen problematisch. Ja, wir haben so wenig geile Sachen bis jetzt aufgezählt. Wenn du im Sommer Tram fährst und es ist eine moderne Tram. Tram Straßenbahn. Genau. Dann ist die halt immer so auf 15 Grad klimatisiert. Also an sich super angenehm. Ja, für die ersten paar Sekunden. Dann denkst du so, ich hätte doch eine Jacke mitnehmen sollen bei 30 Grad. Krass, ey. Ja. Das heißt, die Klimaanlage funktioniert entweder auf Höchstleistung oder funktioniert nicht. Es gibt an oder aus. Ja. Binäres System. Super. Es ist ein bisschen warm. Wir machen während der Fahrt die Türen. Das ging ja früher bei der BVG und bei der S-Bahn. Die Türen während der Fahrt aufzumachen. Die S-Bahn fährt ja auch nicht weit. Da war S-Bahn-Surfen, so das große Phänomen in Berlin. Da haben wir in der Schule drüber geredet, so ernst war das. Dass ihr es nicht machen solltet oder mal ausprobieren solltet? Nee, das hieß halt ja, das ist halt schade. Wir sind in den 90ern, aber nehmt mal den Comecaller eurer Eltern mit und filmt euch dabei, damit ihr es auch teilen könnt. Also ihr könnt es ja auf Video-CD-ROM brennen. Die coolen Leute, die steigen dann aufs Dach während der Fahrt. Aber denkt dran, dass die Fahrtstrecke lang genug sein muss, also zwischen Westkreuz und Griebnitzsee zum Beispiel. Keine Tunnel oder weiß ja nicht, wie viel Platz dann dazwischen ist. Nee, das war schon echt abenteuerlich, dass du die Türen halt einfach in Muskelkraft aufziehen konntest. Kreis. Ich habe da nur von gehört, aber wie war es direkt? Hast du es miterlebt mal? Ich kenne die Züge noch. Also nee, ich habe es nie miterlebt. Aber ich kenne halt die Züge noch, wo du die Türen einfach auf... Also es waren halt zwei Griffe. Du klappst die beide nach außen und dann ziehst du die Tür auf. Okay. Und dann zu fuhren sie dann halt alle automatisch, aber die waren halt nicht druckverriegelt. Ja. Ja. Cool. Das war noch abenteuerliche Zeit. Nee, ansonsten ist es natürlich einfach in Berlin auch praktisch häufig, weil wenn man mal sieht, wie die Straßen zu sind, wenn man jetzt, ich meine, wir zwei sind halt nicht mit dem Auto unterwegs, aber wenn du es einfach mal als Alternative zum Pkw siehst, du brauchst ja oft im Feierabendverkehr ewig. Ja. Und auch teilweise Strecken mit dem Rad, wo ich denke, so um Himmels Willen. Das ist jedes Mal so ein Leben- und Todrisiko, was ich hier eingehe. Also gerade, wenn ich an der U1 lang fahre. Ich meine, du darfst nie auf dein Recht pochen, wenn du das schlechteste Glied im Straßenverkehr bist, weil es gibt ja auch so viele Fahrradfahrer, die dann irgendwelche Motorhauben dann mit der Faust schlagen. Ey, du hast mich fast tot. Und ich denke, ja, du hast recht, aber bitte nicht drauf pochen, weil das ist ein Q7 und der Typ ist druff oder sieht dich nicht. Das ist doch, oh Gott. Ja, aber neulich bin ich halt die Skale zerrunter und dann auch so, wo sich immer gedacht, ah, eine Busspur, geil, da fährt ja keiner, die nehme ich. Und ich meine, das ist halt irgendwie alles mit Baustelle zu und du musst halt echt dann einfach warten, dass dir, wenn nur noch eine Spur offen ist, ein Autofahrer die Lücke lässt und dich halt einfädeln lässt. Klar, muss er machen, rechtlich, aber praktisch muss er halt nicht. Also wenn die halt alle Gas geben, dann stehst du halt da dumm rum. Das und an der Oberbahnbrücke, wo die Lkw halt auch gerne mit 130 lang heizen. Selbst beim Motorrad mache ich das hier halt auch. Ja, klar. Weil ich merke halt von wegen, ich bin zwar meist komplett geschützt, aber jetzt ja nicht in dem Sinne, dass wenn ich runterfliege und gegen Autoprall das und sage, oh, gute Jacke, Sondern weniger Haut schubbert sich ab oder auch wenn das Genick bricht oder sowas, bleibst du halt noch im Helm drinnen liegen. Was sind denn die schönen Seiten? Wir haben jetzt eigentlich nur so negative Seiten. Ja, du hast Preise gesagt. Verhältnismäßig günstig, verhältnismäßig praktisch, man lernt neue Leute und Sprachen kennen. Unterhältst du dich in ICE oder sowas, wenn du längere Fahrten mit Fremden neben dir hast? Man hat mir gesagt, ich soll nicht mit Fremden reden. Gut, das ist schon 30 Jahre her, aber trotzdem, da halte ich mich noch dran. Ich hatte das einmal, ich hatte einmal so einen älteren Herrn, da würde ich irgendwie, ich glaube, ICR, NOFA, Berlin. Da würde ich mich umsetzen. Und das Krasse, ich habe es einfach, der hat richtig Tageszeitung durchgekaut mit mir. So, was sagen sie denn zu, ich finde Diabler und so richtig. Und ich dachte am Anfang, oh, dann irgendwann habe ich halt gemacht. Und zum Schluss, das war ein schönes Gespräch. Und ich dachte, ja, aber ich habe das komplett einfach nur, was er wollte. Ich habe so gedacht, ja, ich höre jetzt hier ein Hörspiel und dann, prumms. Aber es war okay, aber ich hätte das nicht gemacht. Also ich höre auch eigentlich meistens einen Podcast. Ich bin eigentlich immer schon mit Kopfhörern überall so abgeschottet, dass ich nirgendwo den Eindruck erwecke. Ja, krass finde ich eigentlich so die Medien, die man nutzen kann, wenn man jetzt im ICE sitzt. Wo halt Internet stabil ist. Du hast halt Strom am Platz. Das heißt, du könntest hier dann halt irgendwie alle möglichen Filme reinziehen, YouTube etc. Ich habe gestern mir die ganzen neuen Folgen von GameTube Resident Evil 2, den Remake, finde ich ja sehr geil. Ja. Also, und die beiden spielen ja auch sehr lustig. Also beziehungsweise das Prinzip, dass Michi gespielt hat, also den Teil mit Claire oder wie er sie hieß. Und Fritz eigentlich nur, die das alles so kommentiert hat und dabei war. Und halt ihnen so oft geholfen hat, weil er irgendwie Dinge sieht, die der andere halt nicht. Oder er hat gesagt, renn rum, lauf, lauf, lass sie in Ruhe. So was hat der, unser Ökonomenminister so. Ohne ihn könnten wir hier gar nicht durchrennen, werde ich tausend Sachen verbrauchen. Das war total, ja, so was. So dann die Zeit. Ja, 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 ja. Ja, ich, also ich würde euch das auch unterhaltsam. Oder stalken, was der Vordermann macht. Das ist auch erschreckend. Ja, ein guter Tipp an alle, die jemanden komisches im öffentlichen Nah- oder Fernverkehr sehen und ein Foto machen wollen. Ja, das ist, macht, versucht nicht das zu verstecken, sondern haltet euer Handy so vor euch und lasst es so aussehen, als ob ihr ein Selfie macht. Also ne, macht euch kurz die Haare und dann macht ein Foto von eurem Gegenüber. Das ist der geheime Trick. Nice. Ich habe nur einen Spiegel fotografiert, falls du das meinst. Das war aber auch ein lustiger Typ. Gruselig. Naja, ansonsten der Ein-Stunden-Marker, also genug für die Deutsche Bahn. Aber wir haben jetzt wenig schöne Zeiten beschrieben. Was haben wir denn noch an schönen Zeiten? Was hast du denn für schöne Zeiten im öffentlichen Nahverkehr? Außer deine Onanier-Geschichten vom Google-Alert. Ach so. Mann onaniert vor Fahrgästen. Ja. Da habe ich auch gedacht, Fahrgäste waren zuerst dran. Ist der zu denen hingegangen und sie saßen? Ja. War das so ein Vierer-Ding und er saß auch? Hat er es im Stehen gemacht? Vielleicht, vielleicht war es so ein Vierer-Abteil und der hat sich an die Glastür gestellt. Dass sie halt nicht ausweichen können. Aber im Nahverkehr, du meinst jetzt die... Ach, war das nicht im Fernverkehr? Ich dachte im Nahverkehr. Ah, ich hätte Fernverkehr. Ich habe sofort das malerische Ambiente eines im Orient Express onanierenden Mannes gesehen. Okay. Ich habe nämlich ihn gerade so im Bus einfach gesehen. Dachte so, äh? Ja, da sieht man, was wir für unterschiedliche ästhetische Ansprüche an die Selbstbefriedigung haben. Was ist die Anspruch? Busk ist ja nicht weniger Anspruch. Was für ein faszinierendes Gefährt. Ich finde diese ganz langen Busse, die in der Mitte diese Labellen haben, weil sich als Kind immer in diese Lamellen greifen. Fand ich sehr faszinierend. Da habe ich immer gedacht, das Bing bricht doch irgendwann durch. Da alle in der Mitte einfach stehen. Da steht ja nirgendwo von wegen, Maximalbelastung, bitte nur vier Leute gleichzeitig oder so. Uh, Busse zum... Die Lamellen halten das in der Regel ja auch nicht zusammen. Busse zum Tegeler Bahn, äh, Flughafen. Da hast du ja auch immer das Gefühl, dass die Leute halt irgendwie last call mäßig drauf sind. Hält halt an, die Tür geht auf und alle drücken ihre Monsterkoffer halt drauf und fangen an zu rennen. Und du denkst, ehrlich? Ehrlich, ist das immer so? Gibt es keinen Bus fünf Minuten vorher? Also egal, wie ich aussteige, es gibt immer eine Handvoll Leute im Stil, die... Vor allem, es gibt ja auch mehrere Busse, die Tegel anfangen. Nein. Es ist ja nicht nur der TXL, der den Tegel-Namen hat. Der fährt einmal. Ja. Einmal am Tag. Gut, dies vielleicht öfter dann. Immer Lörbert, der Fahrer. Ja, Lörbert. Lörbert. Äh. Ja, es gibt ja noch irgendwelche Geschichten. Ja, sonst. Ja, ich frage mich die ganze Zeit, ob man, weil es so negativ alles ist, ob irgendwas Positives so richtig ist. Ah, die Welt ist scheiße. Hier erfahrt ihr es zuerst. Ja, was frage ich denn den grauen Opa? Ja, gut, ne? Dann wünschen wir euch auf euren Reisen viel Spaß. Kommt gut an. Das klingt alles so falsch. Ich glaube, kein Wort. Hier ist Endstation Nüsse. Ja, Endstation Heiterkeit. Alle aussteigen bitte. Ich war mal auf dem Kehrgleis von der U-Bahn. Was ist denn ein Kehrgleis? Ich bin mal da, wo die U-Bahn, wenn die halt nicht so einen offenen Endbahnhof hat, wie die U1. So ein Sackbahnhof. Ja, genau. Da steht sie ja genau an dem Ende. Und es gibt halt auch Bahnhöfe, wo sie halt einmal reinfährt. Also hinter der letzten Haltestelle fährt sie halt nochmal auf so einen Abstellgleis. Und da, ich bin mal eingepennt in der Bahn, der Fahrer ist nicht durchgegangen und er hat halt nur so oberflächlich reingeguckt und dann bin ich halt auf dem Abstellgleis wach geworden und lag da besoffen noch eine halbe Stunde rum. Ist das denn, hat das denn wirklich, hat das dann noch einen Bahnsteig oder stehst du halt einfach nur? Ehrlich, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, aber der Fahrer ist halt, der muss ja auch einmal die Seite dann wechseln. Also irgendeine Art Bahnsteig wird es da schon noch geben. Aber da dachte ich auch so, oh scheiße. Wie bist du denn da rausgekommen? Na, ich musste warten. Ich musste warten, bis der Zug wieder zum Startbahnhof fährt. Wie, aber das hat der, hat der Schaffner dir das dann erzählt, der Fahrer dann dann erzählt? Ja, ja, ja. Ey, du Pimmelkopf. Ja. Aber du kannst ja nichts dafür, wenn du in der Bahn einpennst. Ja, ich meine, der hat ja auch nicht mit mir geschimpft. Er meinte so, ah ja, jetzt musst du ja wohl eine Stunde, es war auch ein etwas jüngerer Fahrer irgendwie, jetzt musst du ja noch kurz warten, bis ich wieder losfahre. Tja. Ich hoffe, dass bist du wieder eingeschlafen und die komplette Bahn dann durchgefahren. Aber das ist mir ja häufiger mal passiert, irgendwie so halt mehrfach einzuschlafen, in der Bahn und immer so Ping-Pong, um meinen Zielbahnhof zu spielen. Ja, da kenne ich ja auch einen, der sonst wo aufgewacht ist und seinen Vater losgeschickt hat. Ja, das sind die guten Geschichten. In diesem Sinne. Der Podcast, der euch wach macht. Wir sind für Nüsse mit Dirk und Klaus. Auf Schnitzer. Oder anderen Podcast-Apps. Was war das gerade für ein Finger? Und jetzt ist Dirk dran. Fündesse at gmail.com, at Fündesupport auf Twitter. Abonniert den Hund und schickt uns mehr Twitter-Ergebnisse. In dem Sinne, viel Spaß mit Google Analytics. Ich mache einen Zug im Hund.